Herzlich willkommen, du Herr der Ringe, wenn da draußen ja schön, dass du zu einer neuen Runde Shadow of War eingeschalten hast. Wir bilden ja hier gerade unsere Armee aus. Haben in der letzten Folge diese komischen... Was waren das? Äh, Stein, nee, Holz, Holzwesen, Holzgedönsviecher, ich weiß es nicht, was es war, es war irgendwas. Äh, ja, ich will jetzt erstmal hier noch das Auge freischalten, dass wir hier... Ah, das war ja hier fabulös. Äh, genau. So, gehen wir mal Infos über den. Oh! Grrr! Grrr! so haben wir den ja viel spaß hier tobt dich aus mein guter tobt dich aus ich will jetzt erst mal hinter ich will jetzt erstmal irgendwie hier hinter ich muss mal gucken mal wenn ich einen zweiten bildschirm angeschlossen habe ist immer die kann immer sein dass die kamera ein bisschen asynchron ist deswegen muss ich mal kurz gucken also sollte eigentlich so passen und wenn ich ja dann weiß ich woran es liegt beziehungsweise wirklich die kamera ist immer moment so jetzt ist die kamera jetzt die kamera nicht mehr asynchron beziehungsweise jetzt ja doch das gruppe ist dann immer noch ein bisschen da aber das wie gesagt ist dann immer weil das zweite bildschirm noch erkannt wurde sind wir ein bisschen crazy gut wir rennen mal hier hinter und laufen mal da so einmal hier hoch auch ja kommen morgen ich hoffe dass es so passt ich hoffe wirklich dass es so passt weil ich sehe immer hier so mein bild unten im eck so die letzten zwei irgendwo da oder zack zack okay gut da haben wir hier alle perfekt da kann man hin und her reisen sehr schön dann haben wir hier alles machen wir das ich würde sagen wir holen uns jetzt in der folge hier erst mal die epische ausrüstung so da haben wir das nämlich komm ja das sieht so gut auskommt ja ja jetzt aber komm es war doch fast da da ist es da da ist es los ich habe keine ahnung meine fresse ja fast ich raff es einfach nicht tut mir leid ich ja da war es doch gerade fast ich weiß halt nicht was ich da tun soll oh so alle machen aus dem weg hallo so zack so wir sind jetzt hier wir sind gehen jetzt hier wandern hier hoch so perfekt hier haben wir jetzt noch das eine oder müssen wir irgendwie rein hier haben wir noch eins ja das sind jetzt die letzten zwei die wir haben okay es ist jetzt ein bisschen doof ja dann können wir eigentlich auch da direkt hin rennen aber das ist ja scheißegal wird wir müssen hier rüber meine ist scheißegal wird gehen wir hier entlang wir haben noch eine fähigkeit ich weiß nicht dass ich wieder ein paar tage her wo ich das letzte mal gespielt habe was machen wir ja mach mal das oder dass wir diese kritischen treffer mit diesen dolchen hier machen glaube ich ganz cool gehen wir hier entlang dann gehen wir hier rüber und dann hier einfach entlang da geht jawoll ist gut es lässt uns nämlich dann in ruhe der karagor da hinten auch lassen wir die auch mal in ruhe die können ruhig machen was sie wollen so na komm da gehen wir erstmal hier hin und dann gehen wir da rein ey saa komm mal her okay wir hören uns an mein erster ausbilder sagte immer vertraue auf dein training nicht auf deine rüstung selbst eine präzise gearbeitete rüstung kann einem harten schlag nachgeben doch ein geschickter krieger weicht aus so dass der schlag ihn gar nicht erst trifft nun trifft es minas itel manchen schlägen können wir nicht ausweichen deshalb tun wir unser bestes und stehen verwundet wieder auf okay ich muss hier ganz kurz mal schauen wie immer professionell hier was wir verpräzieren gut sehr gut okay so perfekt dies sollte eine zeremonien rüstung sein doch sie scheint stabil genug ich will hier hinter ich will hier hin ganz recht gondor hat zurzeit wenig anlass zu feierlichkeiten Achtung 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 sehr schön sehr schön haben wir das doch hier ich glaube ich habe es verstanden so nach dem zehnten mal so ich will mir jetzt hier in der folge mal die nächste das nächste epische teil holen und ich würde gern hier alles ab grasen das heißt einmal in die mitte gehen so einmal hier lang gemeinsam gegen den untergang so nein ah man warum das muss ich sagen das ist halt echt ein bisschen crazy in dem spiel ja genau ja das war jetzt richtig ruckelig und das ist ein bisschen das ist ein bisschen und unsere größten die das ist ich sehe du selbst gab unserem volk den setzling der zum weißen baum heranwuchs und er überlebte saurons angriffe seuchen und mehrere umpflanzungen als der krieg gondors grenzen verschob heute steht der weiße baum in unserer hauptstadt minas tirith doch er wird nicht blühen bis der könig zurückkehrt wie mein vater einst sagte woher weiß der baum das eigentlich der weiße baum ein symbol gondor jetzt habe ich mir die frage ne woher weiß der baum dass bald mehr als symbole brauchen um sie anzuspauen so jetzt haben wir das hier noch ja da sammeln wir langsam so alles eine bisschen wir sind ein seefahrer volk auch wenn unsere schiffe meist küstengewässer und flüsse befahren und nur selten das offene meer das war aber nicht immer so unsere vorfahren die numenora und ihre elbischen verbündeten segelten in schiffen wie diesen in fremde länder seefahrer behaupten sogar man könne so weit hinaus segeln dass man nirgendwo mehr land erblickt kaum vorstellbar also muss ich es mir wohl eines tages selbst ansehen ja kaum vorzustellen jetzt nehmen wir das hier mit kankra müssen wir halt in die höhle irgendwie rein haben wir noch das und das und das und dann hätten wir es schon ja krass dann haben wir hier die paar teile schon und dann können wir hier rein sind die elben wirklich in schiffen wie diesen gesegelt im ersten zeitalter gehörte dies zu den einfachsten schiffen unserer flotte die kommen aus diesen komischen häusern raus ne so wir gehen aber hier raus denn ich will hier hoch aber wir müssen eh noch so viel wir müssen so stark noch werden damit wir halt irgendwie diese anderen krieger dass wir halt zwölfer und so also dass wir noch alles was höher ist als wir äh anheuern können weil wenn wir dich hat eine starke armee ne dieses ruder stammt von einem langschiff das in der bucht von belfalas angespült wurde es ging sicher durch viele korsarenhände bevor es seinen weg ins landesinnere fand wo ich es vor jahren auf dem wagen eines händlers erspähte oft fragte ich mich welche hände damit ruderten waren es die schwierigen hände eines sklaven oder die eines verwegenen korsaren aus umba ich werde es wohl nie erfahren so haben wir jetzt das hier dann gehen wir mal hier entlang ne dann holen wir uns das hier aber da können wir auch die schnellreise nein ich will das da können wir auch die schnellreise hin machen ne oder ohne sein boot und so weit weg vom meer einmal hier das erinnert daran dass mittelerde auch über die grenzen mordos hinausgeht wir laufen diesen komischen pass oder gehen wir hier rein noch schnell kankras hier kankras bin er hier warte ich start können wir das schon machen aber hier kankras gedöns können wir hier machen die alten götter verließen nehmen wir das direkt mit der welt wurde missklang wer sah es als seine mission dies zu korrigieren ein dunkler herrscher der die fehler eines anderen behebt die zukunft ist voll von ihnen jeder entschlossen die welt vor sich selbst zu retten das chaos zu beseitigen alles zu beherrschen nach morgoth kam sauren und nach sauren nach sauren wird frieden herrschen so dann laufen wir mal hier runter gehen wir jetzt mal hier entlang aber es ist krass ne eigentlich so wie wir jetzt unsere armee aufbauen müssen aber ich bin gespannt ob wir dann irgendwie noch in minastirid rein müssen ob wir dann mit den anderen zwei noch minastirid oder irgendwo hin müssen da bin ich auch mal irgendwie gespannt drauf so wir rennen mal hier runter oder kann man das da auch direkt noch mitnehmen das hört sich nicht gut an nein nein wie ist der da hochgekommen alter alter minas etils bücherregale sind nicht vergleichbar mit den großen bibliotheken von minastirid aber dennoch sind sie die größte wissenssammlung weit und breit als mädchen faszinierte mich die hier vereinte weisheit von geschichten über gedichte bis hin zu kochbüchern aus vergangenen tagen dieses hier geschichten aus dem fernsten umbar war eines meiner lieblingsbücher erzählungen von verwegenen piraten aus alten zeiten echte kursaren sind sicher weniger edelmütig als die geschichten sie darstellen aber sicher weniger grausam als orks als ich weitläufer wurde dachte ich ich würde die ganze welt sehen das ist doch überall das gleiche die ehrgeizigen kämpfen gegen die trägen hier oder dann gehen wir hier den letzten jetzt jetzt habe ich verstanden können wir hier weg dann können wir nämlich das direkt mitnehmen na komm dann gehen wir mal lang ich glaube eh weil wir hier in so einem gebiet sind dieses gebiet ist nicht gut nicht gut so dann sind wir hier können wir jetzt map jetzt kümmer jetzt kümmer du nahi sehr gut dann lass uns mal hier entlang wo ist der eingang hier ist der hier der ist hier ne kann es sein dass der hier ist scheiße muss jetzt einmal außenrum ne ich wollte hier nicht hin leck mich ich wollte hier nie her ich will das nicht wenn wir da rein haben wir hier den eingang gefunden passt das oh ja das sieht aus nach dem eingang in die höhle nein ah doch hier wir sind in der höhle drinnen um zu herrschen muss man bereit sein alles dagewesene zu zerstören selbst die erinnerung daran muss ausgelöscht werden denke nicht an das verlorene denke nur an das was kommt dies ist die geschichte die sich der dunkle herrscher erzählt dies ist die geschichte an der mittelerde zugrunde gehen wird okay dann vielleicht so moment ah ja so so kommen wir der sache schon näher oder ja so oh yes okay sie hat wie ich von sauron gelernt sie hat ihn überlebt wie ich dann liegt weisheit in diesen worten nicht gut genug sieh nur her das ist das gesicht des uruchs der dich töten wird oder ist das das gesicht des uruchs der dich töten wird nein denn das ist das gesicht des uruchs der dich töten wird das ist das gesicht des uruchs der dich nicht gut genug so erwischt du mich nicht damit legst du mich nicht rein ja 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 aber wir können leider nichts tun ich will ihn haben er ist glaube ich ganz cool oh jetzt können wir uns aber holen da ist nämlich nur zwölf das ist auch ganz cool gemacht ich dachte der kriegt nur so einen runter aber okay hier die bewohner von gondors tiefland konnten schnell vergessen wie nahe mordor und minas ethel waren nur wenige menschen verschwendeten mehr als einen gedanken an gondors grenzen oder das was dahinter liegt für sie war die bedrohung mordors weit entfernt ich habe noch nie eine so genaue karte gondors gesehen und wie wenig dein volk erst über andere länder weiß so jetzt sollen wir uns hier den nächsten ich habe gehört wie es dir etwas zugeflüstert hat hat es dich vor mir gewarnt ja 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 den ganzen nur töten ok talion level so ist eine wut im kampf ihre wut ist spürbar doch sie kann gegen sie gewendet werden ich kann die uns eigentlich auch jagen weil die irgendwie so random immer herkommen und dann wieder da sind und so gefühlt irgendwie hier sind und dann doch irgendwie wieder nicht und wir haben hier schon alles wir können es sich sehr epische artefakt holen oder epische rüstungsteil lass unsere feinde sich mit eisen und stein befestigen eisen und stein befestigen was die schuppige schlangen herbeirufen wilde bestien es wird ihnen nichts nützen niemand hat über die zeitalter einer armee mit solch einer waffe gab solche horden solch schreck gegen die tiefschwarzen die horden oder es ist doch hier niemand hat über die zeitalter einer armee mit solch einer waffe gehabt solchen kummer solch schrecken gegen die tischürzen horden die es wagen herrschaft überwalt schon strahlende morder zu beanspruchen first reibahn lasst unsere feinde sich mit eisen und stein lassen schuppige schlangen herbei es wird ihnen nichts nützen niemand hat über die zeitalter einer armee mit solch einer waffe gehabt solchen kummer solchen schrecken gegen die tiefschwarzen horden die es wagen herrschaft über ein bald schon strahlendes mordor zu beanspruchen so dann open wir mal das inventar ja ok schon krass episch was macht der der macht fünf ne ja man da machen wir halt 15 prozent mehr schaden hier haben wir noch keinen besseren gefunden ok und hier würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin macht's gut gut